Das ist ein Abraumkopf, aber du bist doch hier. Ich bin auch sehr begeistert, ich bin schon. Ich hatte nicht zugegeben, ich habe nicht zugegeben, obwohl das nicht gut auszugehen hätte. Du bist also mal ein großer Schurke, wenn du ja. Das habe ich mir immer gewünscht. Soll ich dir vielleicht ein, zwei, ein Schlüsselbrettchen, Junge? Liebe Kämpfer, ich bin fast, gehe ich zu einer Großmeisterin geworden. Selbst die Feinchen unter uns sind es imstande, große Dinge zu erreichen. Soll ich dir vielleicht ein, zwei, ein Läder, und wir stehen euch zu finden. Und... Ja! 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.